Hey Leute, ihr fragt euch bestimmt, wo Trittin bleibt, fragen wir uns leider auch. Uns sind nämlich auf dem Rückflug nach Istanbul ein paar Sachen abhanden gekommen. Dementsprechend können wir die Trittin-Folge heute nicht veröffentlichen, weil wir sie nicht hochladen können, weil wir sie nicht haben. Und wir bitten um Verständnis. Sorry. Wird heute nichts mehr. Wir holen das schnellstmöglich nach. Versprochen. Wünschen euch einen schönen Sonntag. Und falls ihr euch fragt, was wir hier gerade machen, zeig ihn mal. Wir fahren durch Istanbul. Und der da findet uns. Ja. Also, noch einen schönen Sonntag. Bye. Ciao.